Nur noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Stehen bleiben, du Idioten! Und dran sind wir, dran sind wir! Jawohl! Mwoooooooh! Geil! Wo ist Kabel-Pot? So was? Wen haben wir denn da, Mr. Freya? Aaaaaaaah! Es reicht! Freese! Es reicht! Ja, natürlich! Du wirst das, was du getan hast, bereuen! Hast du gehört, Kabel-Pot? Das Heilmittel, Freese! Es gibt keins! Was? Lass mich erklären! Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym. Ohne dass zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ras Al Ghul. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm. Es ist deine einzige Hoffnung. Ras Al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du, dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zurück. Na, wer weiß, wer weiß, wer weiß Al Ghul ist. Ketzer! Du bist es nicht würdig, Ras Al Ghul's Namen auszusprechen. Du bist ein Name, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen. Nein, Vektor. Wenn Ras Al Ghul in Arkham ist, dann habe ich nun eine Spur, die zu ihn führt. Mhm. Detektiv Modus. Also wir arbeiten jetzt quasi zusammen mit dem Ruisa. Das ist ja schon mal sehr interessant. Wir scannen das mal hier kurz. Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die League of Assassins. Wieso? Was haben die mit all dem zu tun? Oh, eine Sekunde. Die zum Ras oder seine Tochter? Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten. Ich kenne das Zeichen. Sie ist ein Mitglied von Thalias Elite-Wache. Ich wusste es. Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird? Thalia ist nicht das Ziel, Barbara. Ich habe Frees unfertiges Heilmittel hochgeladen. Ich glaube, die Antwort findet sich... In Ras Al Ghuls Blut. Okay, Bruce. Ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Jetzt wissen wir das auch mal. Hoppla, das war wohl das falsche Knopf. Was ist denn das jetzt? Ras Al Ghul. Da haben wir ja Infos immer, ne? Wenn wir wollen, wir mal kurz stoppen. Dann können wir doch ein bisschen drüber lesen. Wer nicht weiß, wer Ras Al Ghul ist, ne? Sollte das tun. So. Wir haben ja anscheinend lauter so Infos. Warum finde ich das jetzt? Ähm, okay. He he he. Genau. Das ist interessant. Das ist interessant. Biografie. Ich komm schon da hoch. Achso. Okay. Ähm, okay. So die Geschichte. Das wollen wir nicht. Karte wollen wir auch nicht. Ähm, Technologie. Das wollen wir nicht. Das ist immer richtig. Wir haben einen Stufenaufstieg. Kugelsicher. Ähm. Ich meine ihn. Ach, kann man sagen, wie war das hier? Ich weiß nicht, oder? Kampfpanzer. Wir nennen es erstmal Kugelsicher, ne? Wenn du eh so einer haut drauf rein da. Dann hätte man den Kampfanzug schon mal auf der Maxstufe. So. Jetzt muss dann dann Blut hier hin und her. Ja. Sie ist ja hochgerannt, ne? Man muss ja da oben irgendwo das Blut noch weiter gehen. So. Da haben wir es nochmal gesehen. Ja. Wo geht es jetzt hier lang? Mhm. Wir sind in ihr. Von normaler Sicht. Wir haben hier leider nochmal so Sachen, wo man irgendwie umsprengen kann. Ähm. Ja komm, mach. Na mach dann nicht. Wer muss schon aufsprengen? Wir haben unsere Faust. Und. Wir haben ihn noch nicht. Hm. Muy gut! die falsche waffe vielleicht die ist nicht gelöst geht das vielleicht auch jetzt einfach noch nicht vielleicht fehlt uns hier so dreifach battle ring oder so und was dann zu lösen aber ich habe wie ich sehe haben sie eine anfrage zur league of assassins in dem bettcomputer eingespeist und weitere ausrüstung angefordert haben sie schon über einen größeren gürtel nachgedacht habe ich zu schwer macht mich langsam sagt bescheid wenn es hier ist kann mich jemand hören ich höre dich hier herrscht völliges chaos der boss ist weg ich gehe der blutspur nur keine ahnung er sagte noch wenn man kommt in meine sammlung dann war er plötzlich weg sagt das gefällt mir nicht glaubst du dass er tot ist hat wenn ihn umgelegt warst du noch mal im museum vor sich um ist abgeriegelter haben jetzt diese dreckspullen das sagen wir hätten sie abgeschnallen soll wie lautet der plan versteckt ich finden schon was jung siehst weg sie um kennst jemand aha was mit der konnte ich sage dir alles was ich weiß war das schon die info als er hat auch gar nichts zu sagen wo ist meine blutspur wo ist die blutspur ja und sehen dass er da oben auf dem dach das heißt ich muss da nochmal irgendwie hoch so so selbe siehe ich da ah hier bei mir ok ok und dann ok und dann wo ist er da nochmal hin warte ohne wieder Das ist nicht schön, der Spur dort zu folgen. Sieh mir diese Blutschicht doch so? Ja. Ja. Hoppla, zwei, zwei, drei, ja, ja. Guck mal mit, ich hab's nicht gekriegt. Oh, ich hab's nicht kapiert. Ich brauch doch gleich einen Wiederhaken. Die Blutspur führt nicht weiter. Ich kann die Attentäter nur finden, wenn ich noch weitere Beweismittel aufspüre. Oh, was, was, was war jetzt? Ich kann Ras nur finden, wenn ich am Ninja einen Sender befestige. Ich muss möglichst nah ran. Das geht im Augenblick nicht. Ich muss möglichst nah ran. Oh, nee, 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 nee. Nein! Okay, dann versuchen wir mal dran zu bleiben. Ich muss sie wie schnell die ist. Und dann hab ich ihn verkackt. Kann ich das auch so wie sie? Nein, sieht nicht so aus. Will ich mich verarschen? Du bist nur noch am Leben, weil der Große Ras Al Ghul es duldet. Ruf ihn zurück! Ah! Wer ist das? Die kann ich erledigen! Lass es! Betten! Betten! Ähm! Folger uns nicht! Robin ist da! Ich brauchte deine Hilfe nicht. Ach ja? Ich weiß nicht. Für mich sah das schon etwas anders aus. Ich hatte alles unter Kontrolle. Wieso hat Orfred dich geschickt? Er hat sich Sorgen um dich gemacht. Ist das unser zusätzliche Ausrüstung? Nimm das und lass es analysieren. Durchsuch danach die Krankenhäuser und Notaufnahmen. Jeder mit diesem Blut wird innerhalb von 24 Stunden sterben. Wessen Blut ist das? Ach. Es ist deins, nicht wahr? Ich geh in die Krankenhäuser und kehre dann zurück. Du brauchst meine Hilfe. Ich komm schon klar. Du wirst in Gotham gebraucht. Es könnte schlimmer werden. Viel schlimmer. Meinst du? Wenn Strange wirklich deine Identität kennt und sie allen verrät. Was dann? Wie willst du? Vertrau mir. Ich finde eine Lösung. Wo ist sie denn das im Gesicht? Da sieht man auch schon die nälbe Wirkungen. Du weißt wo ich bin. Wenn du Hilfe brauchst. Ich weiß. Jetzt geh! Okay. Ja, das ist doch was all des Vertrautes aus Arkham Asylum. Unser Glenys Seilbahn ist zurück. Jo, da kriegen wir jetzt noch ein bisschen Infos über Woppen. Einfach das Video an der Stelle. Dann kann ich den Chat wirklich erleiden. Was kriegen wir hier? Was ist das? Wir haben eine Map. Stranger erlaubt solche Waffen an die Tiger. Ich nehme nochmal die Map. Ja, so dort. Das da ist die Map. Hitler. Geisel. Ja, das haben wir hier nicht gelöst. Tiger Zentrale. Ihr Air Tiger 7. Wir nähern uns jetzt der Zielposition. Die Gasse ist menschenleer. Wärmeabtastungen. Wärmeabtastungen. Zeigen keinerlei Aktivität. Sekunde. Da liegt dein Körper. Ist offenbar unbekleidet. Wärmesignaturen. Ist noch nicht lange tot. Mann. Sieht aus, als hätte man seine Gesichtshaut weggeschnitten. Wie ungewöhnlich. Setzen Sie Ihre Patrouille fort, Captain. Keiner der Insassen geht nach diesem Muster vor. Ich vermute, da ging es um irgendwelche Revierstreitigkeiten. Vielleicht sollte das eine Botschaft sein. Bestätigt. Bitte. Ich bin auf dem Dach des alten Gotham FM Gebäudes. Jemand ist hinter mir her. Keine Ahnung wer. Er wird mich finden. Ich brauche Hilfe. Erweitertes Realitätstraining. R-Tiger 5 an Zentrale. Haben Sichtkontakt zu einem Notleuchtsignal auf einem Dach im Distrikt East Arkham. Wie sollen wir vorgehen? Ignorieren. Ja, wir haben im Moment das Ziel. Wachen auszugeben. Das ist unfair. Vielleicht können wir das jetzt lösen. Mit der Seilbahn. Da sieht man nur so Riddler-Ding. Oh. Gesehen wie Bethlehensmuseum ging. Was hat das zu bedeuten? Was ist das das? Klappt schon. Dann schauen wir mal. Hm. Hm. Bitte. Das war Elfer. Ganz ehrlich. Die Tode war das weg. Was ist das da? Das ist schon nehm. Was ist das die? Ah, vielleicht konnte ich deswegen vorhin auch nicht sprengen, weil die Wand einfach mit der Faust zu machen war. Und hier hat das jetzt wieder Shea geprunkt, das, ja, ach so, wieder wieder ein Ding. Und ich dachte jetzt, wir kommen zu der Geisel hin. Ich hätte endlich das, ähm, ähm, ein bestückter Lösung gefunden. Ich glaube, ich bin noch gar nicht dort. Nein, bin ich nicht. Eieieieiei. Ist es so verdammt gefährlich? Auf die ich dann doch A gezeigt? Was ist denn das? Kann mir jemand helfen? Bitte! Machen wir mal kurz die Tür weg. Na, Freunde! Nee, der hat doch den Schlag ausgeführt. Oh, Mann! Ach, hier bleiben! Nicht abhauen! So, wo ist mein Signal-Ding-Stand? Oh! 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 Da war was erst. Okay, Batman kann anscheinend nicht schwimmen. Uh, Lampyreis heute. Lampyreis heute. Lampyreis. Hoppa! Oh, ich erledigen! Ja! Halt! Oh, mich, wie bist du denn, Batman? Wer ist die blöde Bledermaus? Lampet im Blöde! Herr Antz-Mann, als Batman! Halt! Komm herh! Und kämpf mit mir! Hast du schiss? Komm herh! Uij! Na? Lass die Waffleihe, verdammt die Kacke. Durch die Umgang habe ich jetzt gar nichts gesehen, denn da erlebe ich das. Ja, ja. Was ist los, zum Feige und zum Kämpfen? Ein Kampf hier drüben! Verdammt, immer wieder Wittler-Informationen. Oh Gott, nein. Immer drauf, so, oh, oh, gut ausgewicht, sehr gut, ouch. Und weggeballert, hoppla, immer ausweich, hau, gehen wir weg, du. Ich weiß auch, dass er denn nicht ausschaut. Hey, hör auf mit dem... Ach, Quatsch. Gehen wir weg, da. Na, wer will, du nicht. Aber du, bam, bam, und zack. Ich will nicht. Bang. Ich will nicht nur. Oh, jetzt ist noch einer gekommen. Wo kommen dann die her? Lass die Waffalle. GKO, verdammt die Kacke. Autsch. Hep. Über dich drüber. Hepa. Ja, ja. Komm, schalt ihn aus. Nee. Und, hep. Lass das Laie, verdammt. Oh, ich hab doch gelb getrickt. Ach, Gott, nee. Hopp, 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 hopp. Was dann, was dann, was dann. Ja. Ist dir eigentlich klar, wie viele Knochen ich dir noch brechen könnte? Oh, Gott, bitte. Bitte, tu mir nicht weh. Ich sag dir alles, was ich weiß. Und dann die Schläfe. Zack, aus, die Lamm. Wie viele Knochen ich dir noch brechen könnte? Und dann Poxtum direkt entspringen. Ist das die Tür, wo man benutzt kann? Ich konnte Strange vom Sharp die Kontrollen über Gotham bekommen. Strange muss ihm was in den Kaffee getan haben. Verschlossen. Ich hab bestimmt ein anderer Weg. Ich glaube, ich darf durch. Könnt ihr schwören, dass ich deinen Ninja gesehen habe? Ja. Ihr wisst, wir gehen durch die Vordertür. Es ist Batman! Und ich kann es mir echt nicht leisten. Das Joke. Unwahrlich. Wir kennen dich auseinander. Sag nicht doch, es ist Batman! Schnappt ihn! Wenn dann immer die von draußen noch dazukommen müssen. Ach Gott, nein! Ach, noch einer! Oh, was ist da denn hier? Ich hab so ne Wursen. Ausgewicht. Der Schummel aus. Ja, ich hab viele Gegner. Ausgeschaltet. Batsch, Batsch. 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 Und... Ja, ich bin in meiner Hades selbst der Erlier. Knallkäpp. Voll ins Kreiznen. Ich denke, da will ich wieder verhören. Lassen wir den Schläger fallen. Und das. Ach, der ist genauso, wie die Schräge war. Und... So, mein Freund. Na, was dann? Riddler. Rede! Bitte! Bitte tu mir nichts! Ich sag alles! Das wusste ich! Halt! Irgendjemand! Halt mir! Ja, ich hör dich! Hm. Ich sag mal, ist nur Strax da runter. Du bildest dir das ein. Nie im Leben ist irgendwas oder irgendjemand an uns vorbeigekommen. Nie im Leben ist irgendwas oder irgendjemand an uns vorbeigekommen. Nie im Leben... Ja, bist du... Hier rüber! Ich hab... Au! Ja, bist du ja, Fatman! Boah, bin ich doch nicht gestärzt? Meine Fresse! Alter! Ich muss doch weg! 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 Er ist jetzt über uns! Sprungangriff krieg ich angebot, aber das war jetzt gerade verkehrt. Wir gehen nach unten. Unter der Oberfläche ist Gotham ein Irrgarten aus Stahl- und Eisenstreben. Mein Signal könnte darunter leiden. Versuch es nicht zu verlieren. Ich leite zusätzliche Satelliten zur Überwachung um. Viel Glück, Bruce! Weg! Schockert sein, ne? Doch! War's gut! Nein, das sollte man nicht runter! Mal runter! roten Knopf drücken. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das hier gar nicht gefallen könnte. Seilstrich, ohne Waffe. Er überlässt uns die... Hä, was ist das denn noch? Mistgeburt. Ja, geht mal ganz schnell drücken und hier die Ernte, das ist so eine neue KI, würde ich sagen. Heppah. Die andere drückt drumherum. Wuh! Die Wand hat es für mich so ein bisschen komisch aus, deswegen hat man es sonst geguckt. Ach, wie soll das rot schon nochmal gehen? Hm. Das wird nicht einfangen. Dark Knight. Was ist das? Hm? Das sind nur mehrere... ...mechanismen, die man erstmal finden müssen. Ich würde jetzt einfach mal so roten. Das kann ich nicht öffnen. Machst wohl ein kleines Nickerchen, was? Genieß es. Genieß es. Es ist dein letztes. Das ist das. Das ist das. Das weiß ich, wie soll. Nein, das ist. Das ist das.